So damit hallo und jetzt willkommen zu einem etwas anderen Video hier auf GTA Note 05 und zwar soll es so ein kleines Dank Video sein und zwar habe ich jetzt gerade mitbekommen hey ich habe die 3k Abos geknackt, ich hatte ja in einem einen Video gesagt von VioWheelove hey ich glaube nicht mehr, also nicht dass es dieses Jahr noch klappt, wäre cool aber muss ja nicht und wow es hat geklappt, wir sind jetzt bei über 3000 Abos und dafür dass ich diesen Kanal eigentlich nur so als zwei Kanal geplant habe um ein bisschen GTA zu machen ist da wirklich groß was raus geworden, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir es schon so weit schaffen jetzt in den ersten Monaten seitdem es den Kanal gibt, das ist wirklich schon grandios, danke dafür Leute und natürlich muss man da sich auch so ein bisschen bedanken und inwiefern ich das machen werde ich werde jetzt auch mit euch GTA ein bisschen mehr so ein bisschen abobezogen machen, heißt ich werde auch ein bisschen was mit euch zusammen mehr machen in GTA San Andreas auf VioWheelove wenn wir irgendein SMP Server was machen werden, weil irgendwie SMP werde ich auch noch mit einbringen nicht nur MTA, da können wir uns dann vielleicht treffen und auch in GTA 4 Multiplayer, da werden wir auch ein bisschen darüber machen, weil ich habe gedacht, komm dafür muss ich mich bedanken und ich denke mal viele haben nichts dagegen, wenn sie mal mit mir zocken können, wie gesagt in VioWheelove werden wir es mal machen, ich werde da mal gucken ob ich die Appmins nochmal rumkriege, die müssen jetzt nicht so sicher machen wie letztes Mal, es kann auch einfach so ein kleines Treffen sein wie gesagt und in SMP da muss ich mir aber noch einen Server raussuchen, müsst ihr jetzt hier nicht unten reinschreiben, das kläre ich noch alles selber aus, da suche ich mir, der mir am besten passt Server raus und in GTA 4 kann man sowieso Multiplayer viel Scheiße bauen und warum nicht mal mit euch zusammen, denke ich mir. So, wie gesagt, ich bedanke mich, danke 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 dafür 3000 Abos, mich würde einfach mal kurz interessieren, wer von euch ist überhaupt durch meinen Hauptkanal APNO5 hier hingekommen oder wer kennt meinen Hauptkanal gar nicht, also wer ist sagen wir mal ohne Belangen irgendwie durch meinen Hauptkanal auf diesen GTA-Kanal aufmerksam gekommen, würde mich nicht mal interessieren wie viele Abos alleine durch die Videos zu mir gekommen sind, nicht weil ich meinen Kanal ein bisschen selber durch mich gepusht habe, das würde mich einfach mal brennend interessieren und auch, welches Projekt ihr am liebsten mögt, was ihr am liebsten sehen wollt, das interessiert mich nämlich auch, ich will mich noch weiter verbessern, mehr Projekte für euch bieten, die euch auch gefallen, wie gesagt, schreibt unten mal rein, woher ihr kommt, von meinem Hauptkanal oder eben wie ihr es so entdeckt und welche Projekte euch am besten gefallen bzw. welche Projekte ihr gerne sehen würdet. So, ich bin damit raus, wie gesagt, Dankeschön und wir sehen uns die Tage, wenn ich mal wieder zu Videos komme. Aktuell geht es nicht wegen Lehrenden und, äh ja, passt wieder nicht. Zum Wochenende kommt aber was, das ist versprochen. So, haut rein, bis denne, ciao.